Musik Na natürlich mal wieder Musik 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 Aber diesmal war ich aber auch gegen den Job geunterschätzt. Nach zweimal zieht hab ich aber eine Hinterlage gegen die. Toll. Schön, dass du Französisch kamst. Fix ein Kek dafür. Ich halte sogar zwei. Ich bin immer noch gleich auf mit dem Punkt, Herr Bibi. Ja, die sind einfach am Kämpfen. Ich bin jetzt noch am Strugglen. Ja, die sind Leidchen fertig. Die haben gewonnen. Ein Q Bee. Die Bibi ist noch am Strugglen. gegen den Hitlock ist aber auch ein P-Ups-Gemann so die Schalny Basketball genau die die sie kann ich kann das ich glaub die sind am besten komm ich wetten dass ich die jetzt bin ich eins mal Du bist bei dir! Nein, so! Halt da! Was mache ich denn? Falsch mit dieser scheiß Disziplinis! Oh gut, der 3 hat dann ein paar Extra-Punkie gegeben, aber trotzdem! So, jetzt könnte ich gegen Carl kämpfen, gegen Lali oder gegen Lois Mesho, der in der Saison 15.000. Mal gegen Aytana, die Aytana auch verloren hat. Dann muss ich wieder gegen Aytana grenzen oder gegen Anhaltsfeier nicht mehr. Ja, Lunar Gov von Lali sind jetzt auch. Ja, bestätige Lunar Gov. Ich mach nur mal einen Kampf, aber nicht diesen Basketball-Crash. Ja, so! Ja, so! Ja, Lunar Gov. Ja, Lunar Gov. Ja, Lunar Gov. Ja, ich will. Ich verpackte das Allgärmste noch. Das Match! Der ist so dumm! Alter, ich hab das Match so gut wie gewonnen, wenn er nicht diese Superfans die Modus gibt. Und vielleicht wird so dumm am Ende gewesen. Aber das ist halt so... Sieger. Alter, die Altarland ist auch genauso kühl wie hier. Doch nicht gewinnen wie im hohen Kampfgang. Die Altarland gibt es noch nicht. Die Altarland gibt es noch nicht. Mechaniker! Geht doch! Die Altarland ist noch nicht angenehm. Der hat es zumindest nachvollziehen. Aber jetzt muss ich die Amity. Die Altarland habt ihr allefalle. Ja! Die Altarland ist doch so geil. Ja! Ja, genau. Ja, genau. So, komm, Yugi, mach mal wieder die Beiber klar. Nicht Yugi, sondern die Nyara. Bitte. Die Sprengung ist unsichtbar. Yes! Ja, toll. Scharnika kriegt ein Keks dafür. Ein zweit bisschen Kummer noch machen. So. Ja, Punkt heißt. Nein, nein, immer noch kein Spiel. Ja, ähm. Ich glaube, das wird es wohl sein. Leute. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf die nächste Spiel. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum show. O, ja, wie wir noch was erst da.